Herzlich willkommen zum Hauptteil der OERA Linde Handschriften und bevor es losgeht erst noch ein paar Worte zur Erklärung Anmerkung zur Übersetzung links wird dann gezeigt werden das Original von 1256 in der Mitte die Transliteration von Jan Ott aus dem Jahr 2016 und rechts die Übersetzung von Harm Menkens auch aus dem Jahr 2016 bevor wir loslegen aber noch paar Erklärungen zunächst mal zur Transliteration von Jan Ott also Einleitung Transliteration der Akt oder das Produkt der Darstellung von Buchstaben oder Wörtern in den Zeichen eines anderen Alphabets oder einer anderen Schrift dieser Teil 2 ist eine vorläufige digitale Version der neuesten Transliteration des OERA Linde Buches Teil 1 was ihr links eingeblendet seht enthält Scans des Original Manuskripts mit Zeilen Nummerierung mein allgemeines Ziel ist es den Originaltext besser zugänglich zu machen um einen Vergleich der Übersetzung mit ihm zu erleichtern und sie mit dem tatsächlichen Manuskript zu überprüfen eine verbesserte Version wird irgendwann gedruckt werden und auf hochwertigem Papier veröffentlicht frühere Versionen die erste Transliteration wurde von Dr. J.G. Othema vorgenommen und in den niederländischen Ausgaben von 1872 und 1876 sowie in der englischen Ausgabe von Sandbach von 1876 veröffentlicht er verwendete Kleinbuchstaben obwohl das OERA Linde Alphabet unseren Großbuchstaben ähnlicher ist er hatte Seitenzahlen des originals nicht hinzugefügt das ja ohnehin nicht für die Öffentlichkeit zugänglich war bis Jens Ma seine Ausgabe 2006 veröffentlichte und auch das Archiv, also die Bibliothek in Leuwarden, die es besitzt, es auf seiner Webseite veröffentlicht hat Othemas Transliteration enthielt viele Fehler Hier sehen wir ein Beispiel von der Seite 64 Eine neue Transliteration wurde von Overvan veröffentlicht 1941 und 1951 Ich habe keine dieser Ausgaben in meiner Sammlung Sie wird ähnlich wie die von Othema gewesen sein, wahrscheinlich mit weniger Fehlern Goffe Jens Ma's Version von 2006 hatte zum ersten Mal eine Zeilennummerierung und wie gesagt Graustufenabschriften des Manuskriptes Die Zeilen folgten dem Original und er reproduzierte sogar die Tilden Außerdem fügte er Korrekturvermerke von sich, dem Autor oder Kopisten und dem von ihm behaupteten Herausgeber hinzu Hier sehen wir das Beispiel von Jens Ma Und dieser Abschnitt, den wir da gerade gesehen haben, zum Vergleich blende ich mal das Original ein So sieht es im Original aus Eine bemerkenswerte Transkription wurde von Sura de Heer 2008 angefertigt Er entwarf eine Schriftart auf Jol-Basis und ließ Originaltext und Übersetzung abwechselnd erscheinen sodass es sehr einfach war, die beiden zu vergleichen Der Grund, warum ich mich entschieden habe, unsere normalen, in Anführungszeichen römischen Versalien zu verwenden ist dass ich es einfacher machen wollte, den Originaltext zu lesen für diejenigen, die es nicht gewohnt sind und aus ihnen zu zitieren Hier sehen wir das Beispiel von de Heer Hinweise zu dieser neuen Version Im Original sind die Buchstaben nicht immer eindeutig zu unterscheiden Manchmal können sie aus dem Kontext erraten werden Manchmal ist es klar, dass der Autor oder Kopist einen Fehler gemacht hat In diesen Fällen habe ich die Buchstaben in kursiver Schrift gedruckt Titel, die ich für den Index verwendet habe, wurden fett gedruckt Ich habe Zeilen oder Verse, die kurze Sätze oder zusammenhängende Teile eines Satzes enthalten so angelegt, dass es am einfachsten ist, sie mit den verschiedenen Übersetzungen zu vergleichen die ich zu veröffentlichen oder zu zitieren plane Es gibt keine Möglichkeit, dabei streng systematisch vorzugehen Manchmal hätte ich einen Satz weiter aufteilen können oder ihn länger halten können Aber das ist kein Problem Da ich die Verse auf der Grundlage der Zeile, auf der sie beginnen, nummeriert habe Was absolut ist Zukünftige Benutzer können nach eigenem Ermessen entscheiden Ob sie Verse neu kombinieren oder weiter aufteilen Die Seitenzahlen des Originals sind dreistellig Am äußeren linken Rand zwischen Klammern abgedruckt Die Seitenzahlen der Orthema und Sandbach-Ausgaben sind im Text zwischen runden Klammern abgedruckt Die tatsächlichen Anfänge der Zeilennummern 1, 15, 15, 20, 25 und 30 sind im Text hochgestellt gedruckt Und diese werden am Ende eines Wortes gedruckt, wenn das Wort im Originaltext abgebrochen und hier wieder zusammengesetzt wurde Am linken Rand sind Versnummern gedruckt, die sich auf die Zeile beziehen, in der sie beginnen Wenn zwei oder mehr Verse in der gleichen Zeile beginnen, wird nur der erste nummeriert Um verschiedene Verse, die in derselben Zeile beginnen, zu unterscheiden, können sie mit Buchstaben bezeichnet werden Oft werden im Original Wörter abgebrochen, um in der nächsten Zeile oder auf der nächsten Seite fortzufahren Ich habe diese Teile wieder zusammengefügt, um das Leseerlebnis zu verbessern und das Suchen und Finden zu erleichtern Wo Zahlen oder Jahreszahlen nicht in Sprache, also zum Beispiel das Wort 100, sondern in Symbolen, 1, 0, 0, ausgeschrieben wurden Da habe ich die Sprachversion, so wie ich sie mir vorstellte, zwischen geschweiften Klammern hinzugefügt Andere Dinge, die ich hinzugefügt habe, wie zum Beispiel Sockrackt, wenn Seiten verloren gehen, sind ebenfalls zwischen diese Klammern gesetzt Die Interpunktion im Original ist nicht konsequent durchgeführt Der Punkt wird als Komma, Bindestrich, Interpunktion oder Punktpunkt verwendet Frage, Ausrufen und Anführungszeichen werden nicht verwendet Manchmal sieht der Punkt eher wie ein Bindestrich oder ein Komma aus Manchmal erscheint er dort, wo er nicht sein sollte Oder er ist nicht dort platziert, wo er sein sollte Tilden werden verwendet, um Leerraum zu füllen Aber oft wird der Raum leer gelassen Es scheint auch verwendet worden zu sein, um eine Lesepause oder den Beginn einer neuen Zeile oder eines neuen Satzes anzudeuten Ich habe sie nur dort verwendet, wo sie noch funktional sind Dieses Bild zeigt Frias Stuntscript, wie sie vom Sechsspeichenrad Jol abgeleitet ist Und Beispiele, wie die Buchstaben im Manuskript erscheinen Die großen römischen Buchstaben zeigen, wie sie von mir transliteriert werden Ich habe auch die von Jensma und Othema verwendeten Buchstaben hinzugefügt, soweit sie voneinander abweichen Und ja, die weiteren Details, die lese ich jetzt nicht alle vor Das wäre dann zu detailliert Und hier seht ihr nochmal die Webseite frisskettenis.blogspot.com Und wir machen jetzt weiter mit den Anmerkungen zur Übersetzung Allgemeines Bei dem Originaltext der Eura-Linder-Handschriften, OLH, handelt es sich um überaltes Altfriesisch Älter als das bis dahin bekannte Altfriesisch Zum Beispiel des Asega-Buches der Rüstringer und anderer altfriesischer Gesetze Und wegen dieser uralten altfriesischen Gesetze wurde die damals zur Zeit des römischen Geschichtsschreibers Tacitus Von Dänemark bis Nordfrankreich ansässige Bevölkerung in dessen Germanika mit ingewonnen Aus Altfriesisch Inga für Einzige und Eva für Gesetze bezeichnet Das heißt, die Einzigen, die Gesetze haben Und daher bezeichnen wir das überalte, aber noch sehr reine Altfriesisch der Eura-Linder-Handschriften Aus der Zeit um 600 vor der Zeitrechnung Zum Unterschied gegenüber dem Altfriesischen des 11. Jahrhunderts mit ingewonisch Die Transkription der in den OLH benutzten Buchstaben In unserer heutigen Buchstabenschrift erfolgte entsprechend der Buchstabentafel Othemas in Ted-Oera-Linder-Bock Das ist also die von Othema abgebildete Und aus dem Original entnommene Buchstabenschrift Die Schreibweise des Doppel-V Das Alphabet der OLH kennt kein W, wohl aber VV Daher gibt es in den ingewonischen Originaltexten der OLH auch kein W, sondern immer nur VV Von daher kommt es auch, dass der Buchstabe W im Englischen heute noch W genannt wird Auch die Gottheit Vralda der OLH wird am Anfang mit Doppel-V geschrieben Für diese Schreibweise gibt es auf dem Grabstein der Regnetrude Angeblich aus dem 6. Jahrhundert nach der Zeitrechnung Rheinisches Landesmuseum Bonn Ein anschauliches Beispiel Auf diesem Grabstein sind im Zeichen des JOL-Rades die Anfangs- und der Endbuchstabe von Vralda, nämlich VV und A, eingemeißelt worden Dieses heidnische JOL-Symbol, das sechsspeichige Rad, ist der Vorläufer des später vom Christentum abgefälschten Christogramms mit den Buchstaben Alpha und Omega Auf dem Grabstein der Regnetrude ist ganz deutlich zu erkennen, dass der fast wie ein W scheinende Anfangsbuchstabe in Wirklichkeit der Doppelbuchstabe VV ist, bestehend aus einem großen V und einem kleinen V Um keine Verfälschungen vorzunehmen, wird daher im Gegensatz zur Themasübersetzung ins Holländische In der hier vorliegenden Übersetzung ins Deutsche bei dem jeweils in eckigen Klammern hinzugefügten transkribierten ingewonischen Originaltext die Schreibweise des Doppel-V durchgehend beibehalten Die dreifache Verneinung In den ingewonischen Texten der OLH kommen oft doppelte Verneinungen und gelegentlich auch die dreifache Verneinung vor Hierauf wird bei der deutschen Übersetzung gelegentlich aufmerksam gemacht Hiervon hat sich die doppelte Verneinung bis heute in der französischen Sprache erhalten Zum Beispiel ne pas oder ne rien Diese mehrfachen Verneinungen sind bei der Übersetzung in die deutsche Sprache natürlich weggefallen Die Satzteilfolge, die meisten Satzteile werden bei der Übersetzung ins Deutsche in derselben Reihenfolge wiedergegeben wie im hegevonischen Original Manchmal folgt die Reihenfolge der Satzteile aber auch der englischen SPO-Regel Subjekt, Prädikat, Objekt, mit der Zeitangabe am Anfang oder am Ende des Satzes Diese Reihenfolge konnte natürlich bei der Übersetzung ins Deutsche nicht immer beibehalten werden Sicherlich ist es völlig selbstverständlich, dass beim Übersetzen einer ausgestorbenen Sprache wie hier aus dem ingewonischen ins Deutsche trotz größter Mühe Fehler manchmal nicht zu vermeiden sind Der Herausgeber hat daher an vielen Stellen hinter der deutschen Übersetzung den transkribierten ingewonischen Originaltext kursiv in eckigen Klammern manchmal mit zusätzlichen Erläuterungen hinzugefügt Dadurch ist die hier vorliegende Übersetzung leider sehr umfangreich geworden aber mit einigen Vorteilen Erstens, der Leser kann an vielen Stellen die heutige deutsche Sprache mit ihrer jahrtausendealten Urform vergleichen und dabei das Wesen dieser Ursprache regelrecht erfüllen Zweitens, eventuell eingeschlichene Fehler können leichter einer Verbesserung zugeführt werden Drittens, man kann direkt nacherleben, wie manche Wörter oder Redewendungen entstanden sind Zum Beispiel Soldat aus Salt-Atta, Salzfreund Und schließlich gibt es auch einige Besonderheiten Zum Beispiel der Ursprung des Namens der Kanaanita die Herkunft der Ziffer 0 im Zahlensystem und anderes Gelegentlich werden in der Übersetzung Hinweise auf bereits vorliegende Übersetzungen anderer Forscher gegeben An vielen Stellen wurde zu den deutschen Wörtern die ursprüngliche ingewonische Schreibweise in eckigen Klammern hinzugefügt um zu zeigen, wie artverwandt diese uralte ausgestorbene Sprache der OLH mit der heutigen deutschen ist Dabei wird das ingewonische Wort bzw. die ingewonische Wortgruppe oder manchmal auch ganze Satzteile unmittelbar hinter der deutschen Übersetzung in eckigen Klammern und Kursivschrift folgen Gelegentlich findet in den eckigen Klammern oder als Fußnote noch eine weitere Erläuterung des Textes statt Manchmal, wenn sich der ingewonische Ausdruck bis heute in der deutschen Sprache, wenn auch veraltet, erhalten hat dann gibt die Übersetzung dies durch ein weiteres, durch Schrägstrich getrenntes Wort zu erkennen Zunächst mag man den Eindruck haben, dass der Lesefluss durch den in eckigen Klammern eingeführten ingewonischen Originaltext gestört wird Doch hat man sich schnell daran gewöhnt, über die eckigen Klammern hinwegzulesen wenn man die ingewonische Schreibweise manchmal nicht zur Kenntnis nehmen möchte Das habe ich selbst auch gemerkt beim Vorlesen Es ist schwierig, flüssig vorzulesen, aber man gewöhnt sich dran Das war ein Hinweis von mir Weiter im Text Da zwei ingewonische Texte der OLH vorliegen Die Originalabschrift des Hedo-Oera-Linda von 1256 die von Othema in Ted-Oera-Linda-Bock transkribiert wurde sowie der Text der in der provinzialen Bibliothek zu Leuwarden aufbewahrten, gefälschten, künstlich gealterten Abschrift die Jensma seiner Transkription in Ted-Oera-Linda-Bock zugrunde legt wird in Verbindung mit der Übersetzung ins Deutsche regelmäßig auf Unterschiede in diesen ingewonischen Texten hingewiesen Das werdet ihr noch sehen, dass Herr Menkens hier sehr viele Unterschiede festgestellt hat zwischen der Version, die Othema vorgelegen hat und der Version, die heute in der Bibliothek in Leuwarden aufbewahrt wird Immer wieder hatte der Herausgeber den Eindruck, dass das überalte Altfriesisch gleich ingewonisch der OLH für Deutsche leichter zu lesen und zu verstehen ist als das heutige Holländisch Dies, obwohl noch heute manche Textpassagen dem Holländischen sehr ähnlich sind Und zuletzt noch die Gliederung der geschichtlichen Texte Auf den ingewonischen Originalblättern werden die verschiedenen Themen nur wenig in Abschnitte aufgegliedert Bei der deutschen Übersetzung wurden demgegenüber die einzelnen Texte nach ihren jeweiligen Inhalten gegliedert und mit den dazu passenden Überschriften versehen Dadurch ist die ursprüngliche Reihenfolge der ingewonischen Texte nicht verändert worden Die vom Herausgeber nummerierten Überschriften wurden, um der Übersicht halber besser mit ihnen gegebenenfalls wissenschaftlich arbeiten zu können lediglich zwischen die Originaltexte geschoben Wie sich der Leser leicht selbst überzeugen kann, war es somit auch möglich, ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis zu erstellen das einen schnellen Zugriff auf das jeweils erwünschte Thema ermöglicht Der Übersetzer und Herausgeber kann Ihnen nur noch viel Freude beim Lesen dieser uralten Texte aus der Frühzeit Europas wünschen und grüßt Sie mit dem Weckruf aus den OERA-Linderhandschriften Wache